Ja, da so. Nein, ich will nicht da durch. Ja. Hey, dann schau dir da oben und schau doch einfach durch. Hey, das ist doch... Uhhh, ist der ein verdammter Leute, hey. Zweimal nimmst du mich nicht. Da irgendwo! Ich habe ja Termite dabei. Ja, wieso? Hey, wie haben mich das jetzt gereicht, wie? Können wir ja selber mit dem Termite-Quitter? Kommt nicht bewegen. Ah, schade macht sie halt schon die Waffe. Gumpi-Waffen, aber sie macht schade. Ja, da oben heuert, der der ist in der einen. Ich habe schon gewusst, ich habe nämlich so einen verdammten Anschluck. Schön, dass ich an dieser Stelle bleibe. Ich bin ganz allein hier. Ja. Natürlich wieder ein Feind gerade in der Nähe. Das ist doch so. Ah, jetzt hat er mich dreimal hintereinander gekillt. Ist doch der Wichser. Ja, oben drin, dort. Ah, habe ich noch gesehen. Äh, Hungertoo oder wie der heisst das? Ist man gekillt? Ja. Ich finde, ich habe schon eine Drohne. Also muss man es wieder sehen. Du kannst gar keinen killen mit dem Termite-Chase-Dreck. Ja, das kannst du nicht gut auf diesen Maps. Ja, dieser verdammte Wichser, ey. Hast du gesehen, wie der verdammte Säckchen rumgekommen ist? Was? Da habe ich dort hinten. Wow! Hä? Gras hinten und da hat er es eben nicht gesehen. Ja, da hat er einen Präzisionsaufschlag wieder gar nicht gesehen. Jetzt will ich ihn noch. Scheisse. Scheisse. Tür zu, da. Und das wäre jetzt unsere Stellung gewesen. Gut, könnte auch plötzlich von oben runter kommen, da, Alter. Ja. Polen, du Macht drausendran. Oh, wir haben ihn. Äh, wir haben keine Chance. Junge, lacht die Türe zu. Aber... Ich weiß auch. Ich habe gesehen, sie waren gerade bei der Freistellung. Die haben schon gewusst, wo sie kommt. Ja, auch. Vielleicht weisst du das mit der Zeit, wenn die ganze Zeit... Määäh. Ich glaube, sie sind jetzt von wo es kommt. Mhm. Määäh. Die Drohle. Ja, mich hat es wieder. Weil ich etwas um mich träumt habe. Jaaa! Ah, da ist ja einer! Jaaa! Schade macht sie halt schon die Hure unten. Man könnte die Präzisionsluft schlagen, aber... Hei, der Leider, dort ein Bödelchen! Nein! Ja! Auf das Wohnen, nicht gerade! Einer ist im Haus oben dran. Mit dem Haufen. Ich bin tot. Ich weiss nicht, wo er ist. Ist schon wieder voll! Jaaa! Ich bin rein mit dem Termit weitergekommen. Die Stellung ist halt... Ich glaube, sie sind gerade in die Freistellung. Jaaa! Ich glaube es auch. Das ist eigentlich der grösste Fehler. Finde ich jetzt. Ja, machst du keinen Punkt? Ja, die könnten ja jetzt runterkommen und versuchen, ihren Weg zu nehmen. Aber so... Ja, jetzt kommt einer! Genau! Jetzt ist einer gekommen! Genau! In diesem Moment, ja. In diesem Moment, ja. Ja, zum Lastwagen neusge Oberklapperei. Du jetzt aufs... Stelligenflieger. Jaaa! Jaaa! Also... Das verstehe ich auch nicht. Du siehst sie schauen. Dann schauen sie jetzt gerade aus! Was? Ich bin tot. Was hat jemand da? Jetzt sind auch Munitionen und dort. Königstöter. Ich kann es auch nicht mit Stellung gehen. Dann hat er mich! Das ist doch nicht normal! Jetzt ist wieder ein mit der Herr mitgekommen. Da kommt einer auf mich. Ist das blöd? Was? Ja! Du kannst wieder normal durchsäcklen. Das glaube ich ja nicht. Ich bin nur noch am Verrecken. Ach, die verdammten Kämpchen. Ich bin ganz alleine hier. Ich bin ganz alleine. Ich bin mit der Herr mitgekommen. Und in diesem Haus oben. Ich bin mit der Herr mitgekommen. 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 Ich bin mitgekommen. Es war noch mais sleeps. Adrian. Aber es war einfach wart. Ja, und wir füllen es gleich noch, nicht gleich nicht. Ja, der H*** hat doch aufgehoben, der Toppe! Weisst du, du musst immer killen, statt den Ecken reinnehmen. Heiii! Hey, wir hatten ja gerade dort oben mit dem Sniper. Ich gehe jetzt hinten rum. Was ist los, was? Ist du dumm? Hei, nur 3 Zack Kills. Ist gar nichts gelaufen. Ja! Ah! Aber Fadengerade aufgerinnt, hei! Hast du das gesehen? Nein. Aber wirklich Fadengerade. Wir wissen nicht, wie wir gewonnen haben. Danke uns zwei, ja. Oh, jetzt haben wir einen LMG, Fiesling. Fiesling freigeschalten. Das Ding hier ist schon geil, die H*** macht schon Schade. Nur kommt die H*** ein wenig zu fest. Ich mache mir wachs. Ding, die H*** Holger, weisst du, ich kann dich umändern. Voll auf G36C. Du kannst voll das Sturmgewehr umändern. H*** Holger. Du kannst kurz den Lauf anbauen. Das war ein 30er Magazin. Was ist jetzt los da? Äh, Tubo. Soll ich richtig drücken. Lesen brauche ich nicht. Und für eine Map. Mhh, Piccadilly. Bäh. Mit schöner Stellung. Ja, ich glaube, wenn du noch eine Stellung reinkommst, kommt die ganze Zeit. Oh, es kann von mir holen. Würde nicht. Oh, jetzt habe ich die G36C. Gäh. Gäh. Die Holger, weisst du, kannst du so umändern. Aber auch nicht. Ah, sie auch. Aber sie ist schnell und schwierig. Umher schön recht. Ah, jetzt wollte ich... Anwählen reinnehmen. Jämich, jetzt wieder. Achtung, hinter dir kommt einer. Alle gerade kommen Kopfschuss. Ja, sniper dort vorne. Achtung. Ja. 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 Nur 3 Mg. Kille. Gesamthaft. Ei, verdammt. Oden ist schon geil. Ah, ich habe ja nicht das Ding dabei. So hat der Gegner wieder die Stellung. Ja, da kommt doch ein Sniper. Ah, wie der rote Ding ist ein Sniper. Ah, jetzt hat es nicht gehört. Ah, ein Kild. Ja, da hinten noch sitzen. Ja. Ja, wieso schaut er genau auf die Seite, wo ich bin? Hey, das ist ja so zum Kotzen. Ja. 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 Ja, ich glaube es ist immer. Wir haben sie nie gespielt. Ich habe gesehen, die Black auf dem PC kann ich keine Herrschaft spielen. Okay. Auf die Xbox, auf die BlazyGots zeigt sie mir Herrschaft aber auf die... elektronisch PC? Ja. Da wird ja nicht Marty und so. Ich habe keine Herrschaft oder so. Und da ist wirklich cool. I don't know. Vielleicht haben sie sie rausgenommen? Ja. Vielleicht killt einer, oder? Nein, nein, gerade vor. Jetzt geht es ja rum. Ja, es ist schwierig. Darum habe ich sie wieder weggenommen. Ja, da kommt er mit dem Messer. Hey, scheisse Früchte! Oh, jetzt seht ihr mich. Was ist denn wohl? Hey, du jetzt scheisse auf die Art Schosse, da ist nicht verrückt. Oh, Missgeburt. Das ist mit dem nicht gut. Oh, ein Haken, genau runterkartiert. Ja, seht ihr nicht? Oh, ich sehe den nicht. Ja, hier ist ein Termin. Wo habe ich den drüber gerührt? Ja, jetzt fliegt er so behämmert. Hey, da... ...polizum macht sich keine Ahnung wo die Leute sind. Wo? Also, wenn ich mir das zweimal abkühlt würde, Du Scheisse, der Mann. Der tot und stille kommt mir nicht klar. Gut, wäre es. Ich muss jetzt etwa 40 Abschüsse machen mit dem Mauer. Aber nein, ich habe nicht gearbeitet. Ich muss 75 mit extra Munition. Du hörst manchmal auch noch, komm jetzt auch noch etwas mehr rum. Du kannst an diese Stellung gehen. So haben die einen Vital-Jet. Dann gehen wir gleich. Der hat auch nichts gereicht. Hey, was ist jetzt los? Mir läuft gar nichts. Nicht eine reise Hohre. Ja, oben die Camper. Hey, mich botzt es einen Arsch. Nur noch einer. Ist ja hinter mir einer. Nein. Ich habe gerade Double-Kill gemacht. Spezial-Mulizie und Triple-Kill. Der ist verdammt schnell voll. Was hat der zu mir gemacht? Der Mauer ist tot und stille. Ich arbeite nicht. Nichts. Ich schiess ihn auf den Haus nur noch an. Ja, der ist ermittelt. Boah! Diese Map, ey! Ich hasse diese Map. Ich mache, was ich will. Ich mache, was ich will. Da ist er raus. Und was? Und kämpft? Hast du ja einen drin? Die sollen eine Taube dort vorne etwas machen. Darum kam. Der Hohre. Wieso schiess das? Ja. Wir vergessen immer, wenn du das Hohre Ding nimmst, dass du noch weiter schiessen kannst, dass du das Team nimmst. Ah, ja, ja, das kannst du, Alex. Jetzt sehen wir sie wieder. Da habe ich gehabt. Nein, voll sch... Äh, das ist nicht mit Spezi, meine... Muni mit. Ja! Also, was war das jetzt schon wieder? Was? Hey, der verdammte Hohre Schiesssniper, ey! Auf den verdammte Hohre Schiesssni. Ja, ja. Ja! Ich bin gerade gewogen. Nein, noch nicht. Ich bin gerade gewogen. So, komm. Was ist denn da raus? Moment. Nein! Ja! Wieso weisst er, dass ich da am Ende bin? Nein! Dann schicken wir halt einfach irgendwo hin. Vielleicht brauche ich ja etwas noch. Nein! Einer hatte das WK. Oder passen wir da, oder? Oh, der Sniper ist wieder da vorne. Der Wichser, ey! Wieso stehe ich da auch auf? Der Wichser, der Wichser, der Wichser, der Wichser! Wieso ist jetzt dort wieder einer? Ah, die sind schon immer dort gerade. Wenn ich etwas probiert habe, ist nicht gegangen. Oh, dann nicht die funktionierten Riese. Ich bin ja auch da draussen. Boah, wieder nichts erreicht. Du, was ist jetzt los? Jetzt müssen wir ihn aber rein, sonst... Verlieren wir ihn ja auch noch. So. Der ist einfach müde, die Leute zu sehen. Das war schlecht. Schau mal, das ist Kaffee hier vorne. Ja, was nicht einmal ich mit meinem Triple-Kill? Ja, das ist bei mir manchmal auch... Mir ist aufgefallen, weil ich mit dem Messer sah eine Kille. Bin ich jetzt zum... Ausgucken gewesen.